Ich dachte nie im Leben daran, mal mit einem Hund zusammenzuleben. Und dann kam Cody, ein knurrender Streuner aus Rumänien. Keiner wollte ihn adoptieren, aber für mich sprach sein Blick Bände. Es ist einer der schlimmsten öffentlichen Schilder in Rumänien. Alle sind schlecht, aber das ist... Das ist der Ort, wo Cody und Blanche leben. Was hat Cody in seinem Leben schon alles durchgemacht? Hier hat er mit seiner früheren Hundefreundin Blanche jahrelang gelebt. Sie wurden zwar beide gerettet, aber getrennt in verschiedene Länder gebracht. Würden Sie sich gerne wiedersehen? Diese verrückte Geschichte möchte ich euch gerne erzählen. So Plato sagte, der Hund war der richtige Philosoph. Die Hundefreundinnen können uns manchmal erzählen, was der echte Liebe ist. Würden Sie bereit sein, Blanche zu mir zu denken? Was ist heute die beste Sache für sie? Ich frage mich, kann ich Cody die Freiheit geben, die er braucht? Alle Tiere verdienen viel besser, als die Menschen für sie tun. Welche Rechte sind wir bereit, Tieren zuzusprechen? Wenn wir ein bisschen mehr als Tiere sind, haben wir keine Probleme.